Hallo, ich begrüße Sie zu einer kurzen Einführung in das asynchrone digitale Lernen, das ab dem Schuljahr 2022-23 in allen Fächern ab Klassenstufe 5 in Luisenlund die Grundlage der Wissensvermittlung bildet. Anhand von fünf Thesen möchte ich Ihnen dieses Modell vorstellen. These 1. Wir gehen davon aus, dass die Vermittlung und Erschließung von Grundlagenwissen in allen Fächern im 21. Jahrhundert asynchron, das heißt zeitlich unabhängig und selbstgesteuert, auf der Basis digitaler Lehr- und Lernelemente erfolgen kann. Eine frontale Wissensvermittlung in physikalischen Lernräumen ist heute nicht mehr zeitgemäß. Um das Wissen aber auch in den Köpfen zu verankern und damit bin ich bei These 2, benötigen wir eine zusätzliche Präsenzphase, in der die Inhalte synchron, das heißt zu einer bestimmten Zeit und auch an einem bestimmten Ort, gemeinsam mit den Lehrern, die nun zu Lerncoaches werden, vertieft werden muss. Aus diesen beiden Thesen ergibt sich zwingend ein Lernkonzept, das man als den umgedrehten Unterricht bezeichnen kann. In einer ersten Phase erschließen die Lerner die Inhalte selbst auf der Basis digitaler Materialien. In einer zweiten Phase werden diese Wissensmengen gemeinsam in einer Präsenzphase, die in Luisenlund Seminar genannt wird, mit den Lerncoaches vertieft. Je nach Art der zur Inhaltsvermittlung verwendeten digitalen Materialien lassen sich nun verschiedene Konzepte des umgedrehten Unterrichts unterscheiden. Das einfachste Konzept ist der Flipped Classroom, bei dem Lehrvideos die Grundlage der Wissensvermittlung bilden. Dabei werden die Lerner aufgefordert, Videos anzuschauen und so durchzuarbeiten, dass in der anschließenden Präsenzphase die Videoinhalte für vertiefende Übungsaufgaben genutzt werden können. Hier kommt allerdings These 3 ins Spiel, die ich seit vielen Jahren nicht müßig werde zu wiederholen. Learning is not just Video oder auf Deutsch Video schauen allein reicht nicht aus. Wir brauchen mehr. Wir benötigen das gesamte Arsenal digitaler Elemente zur asynchronen Inhaltsvermittlung, nicht nur um verschiedene Lernertypen bedienen zu können, sondern auch um Mehrwerte in der Darstellung zu erzielen. Und wir benötigen ein Learning Management System, über das die Inhalte kontrolliert angeboten werden können. Ein solches erweitertes Modell nennen wir in Abgrenzung zum Flipped Classroom seit 2012 Inverted Classroom. Beide Lehrkonzepte haben aber noch einen Haken. Sie gehen davon aus, dass die digitalen Inhalte, egal ob Videos oder Multimedia vor der Inhaltsvertiefungsphase gemeistert wurden. Denn erst wenn das der Fall ist, macht es Sinn, in eine anschließende Inhaltsvertiefungsphase einzusteigen. Wir benötigen also, und damit bin ich bei These 4, eine Mastery-Komponente, die sicherstellt, dass die digitalen Inhalte durchdrungen werden. Bei einer solchen Komponente handelt es sich zum Beispiel um elektronische Tests, die über das Learning Management System angeboten und ausgewertet werden und per Wissensfragen die digitalen Inhalte überprüfen. Dieses Modell nennen wir das Inverted Classroom Mastery Model. Ich selbst habe es seit vielen Jahren in meiner Hochschullehre in mehr als 50 Lehrveranstaltungen zum Thema Sprachwissenschaft, so meine ich, erfolgreich eingesetzt. Bei allen Varianten des umgedrehten Unterrichts entsteht die Frage, können die Lerner das überhaupt eigenverantwortlich lernen? Die Antwort ist, bedingt oder nicht alle. Für viele Lerner wäre gerade auch in Phase 1 tutorielle Unterstützung, hier als These 5 eingeführt, sehr hilfreich. Aus diesem Grund haben wir uns in Luisenlund für eine Erweiterung des Inverted Classroom Mastery Models entschieden. Wir nennen diesen Zusatz Studio Time, eine zusätzliche optionale Präsenzzeit zur Unterstützung des selbstgesteuerten Lernprozesses durch die Lerncoaches. Dieses erweiterte Luisenlunder Inverted Classroom Mastery Model kommt ab dem Schuljahr 2022-23 in der Junioren- und in der Gymnasialstufe flächendeckend zum Einsatz. Das Learning Management System für die digitalen Inhalte und die Mastery Komponenten ist Lund Moodle, eine spezielle für Luisenlund angepasste Version von Moodle. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Erweiterung des ZDF für funk, 2017 Das Erweiterung des ZDF für funk, 2017 Das Erweiterung des ZDF für funk, 2017 Differenzieren Vبيfektor 301, 2019 Das Erweiterung des ZDF für funk, 2017 Vers Rome